Hallo liebe Kinder und herzlich willkommen zum 14. Blockflöten Lernvideo. Heute haben wir für euch das 5-Töne-Spiel. Das ist gleich wie das 4-Töne-Spiel, nur mit 5 Tönen. Und zwar, ich tippe auf die Buchstaben und die Hanna, vielleicht auch ihr, spielt die Töne. Und so lange wie ich drauf bleibe, so lange spielt ihr den Ton. Und das könnt ihr auch zu Hause spielen oder in der Schule mit euren Banknachbarn oder mit euren Geschwistern oder eurer Mama, eurem Papa. Hanna, komm, nimm mal die Flöte. Hast du das Lied erkannt? Ja, Bruder Jakob. Genau, Bruder Jakob. Damit könnt ihr es auch komponieren. Damit könnt ihr Lieder erfinden. Also viel Spaß beim 5-Töne-Spiel. Und bravo, du kannst jetzt schon 5 Töne spielen. Und jetzt geht es weiter mit einem Lied, wo wir alle 5 Töne brauchen. Das ist ein ganz großes Lied. Freude, schöner Götterfunken von Ludwig van Beethoven. Das ist der Komponist. Der ist schon gestorben, der schaut so aus. Der hat vor 250 Jahren gelebt. Ja, und ich würde sagen, das spielen wir euch jetzt einmal vor. Ganz langsam. Wer es kann, spielt mit. Oder vielleicht auch mitsingen. 1, 2, 3, 4. Sehr schön haben wir. Singen wir es einmal. 1, 2, 3, 4. Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten Feuer trunken, himmlische dein Heiligtum. Da ist ein Wort drinnen, Elysium. Ich glaube, das kennt ihr noch nicht. Elysium ist ein altes Wort. Und das steht für Land der Seligen, Land der Glücklichen. Und dann ist noch etwas, was wir zum ersten Mal haben. Eine sogenannte punktierte Note. Und zwar eine Note mit einem Punkt danach. Das verlängert die Note ein bisschen. Um ganz genau zu sein, verlängert es um die Hälfte ihres Hauptwerts. Probieren wir es zu spielen. Kommt, nehmt die Flöte. Einmal langsam. 1, 2, 3, 4. Noch einmal. Bravo, Hanna super und ihr zu Hause auch. Ganz toll. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.